Meine Damen und Herren, auch wenn die Diabetes Charity Gala in diesem Jahr nur virtuell stattfinden kann, freuen wir uns, dass Böhringer Ingelheim als Sponsor einen wichtigen Beitrag zu ihrem Erfolg leisten kann. Wir verstehen unser langjähriges Engagement bei der Diabetes.de, Deutschen Diabetes Hilfe, als kontinuierliche Partnerschaft und unterstützen ihre Ziele nachhaltig. Da wir als Forschendes Pharmaunternehmen selbst in diesem Bereich aktiv sind, liegt uns das Wohl von Menschen mit Diabetes besonders am Herzen. Aber neben einer guten und effektiven medizinischen Behandlung brauchen Menschen mit Diabetes weitere begleitende Maßnahmen. Maßnahmen, die Interessen von Menschen mit Diabetes stärken und die die Gesellschaft sensibilisieren. Dafür setzt sich insbesondere die Diabetes.de, Deutsche Diabetes Hilfe mit ihren zahlreichen Aktivitäten ein. Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen von Böhringer Ingelheim wünsche ich viel Erfolg und freue mich auf die weitere gemeinsame erfolgreiche Zusammenarbeit.